Liebe Teams, herzlich willkommen und Glückwunsch! Viele wollten ja dabei sein, ihr habt es geschafft. Ihr seid dabei bei der 5. Staffel von Das große Backen, die Profis. Eure Vorgänger haben die Messlatte schon ziemlich hochgelegt, aber was die Jury von euch erwartet, das kann sie euch jetzt persönlich sagen. Hier ist der mehrmalige Patissier des Jahres und Aromenanalytiker Christian Hüms. Und der Präsident des Weltverbandes aller Bäcker und Konditoren, Günther Körfer. Hallo Günther und auch Christian, ich freue mich, dass ihr hier seid. Eigentlich fehlt ja jetzt noch jemand in eurer Mitte, und zwar die Betty. Die ist leider krank, aber ich glaube, ihr beide könnt das auch ganz gut rocken. Und wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht, wäre ich ja noch da. Es ist schön, dass wir uns das fünfte Mal schon treffen, hier bei den Profis. Welchen Anspruch habt ihr denn an unsere Kandidaten? Hey Aljupa, ich war mal wieder auf allen Weltteilen als Juro unterwegs. Und was ich da gesehen habe, möchte ich, dass ihr übertrefft. Ich habe natürlich Sympathie für euch als Kollegen, aber die ist wie weggeblasen, wenn wir die Punkte setzen. Moin ihr Lieben, wie ihr wisst, bin ich ja nicht so die Deko-Elfe. Deswegen kann man bei mir die meisten Punkte bekommen, wenn es schmeckt. Dann bleiben da nur noch die Spielregeln. Und die sind eigentlich ganz simpel. Pro Aufgabe und von jedem Juror könnt ihr bis zu 10 Punkte ergattern. Das Team mit den wenigsten Punkten muss uns leider am Ende der Sendung verlassen. Das heißt, hier kommen wirklich nur die Stärksten weiter und bekommen dann am Ende 10.000 Euro und den goldenen Cupcake. Und ich finde, wir sollten nicht lange warten, sondern einfach beginnen. Und hier ist Aufgabe 1 für euch. Wir beginnen ja immer mit einer kleinen Aufgabe, so zum Warmwerden für euch. Normalerweise. Diesmal aber nicht. Wir steigen gleich richtig groß ein. Und was sich die Meister wünschen, erzählen sie euch jetzt selbst. Liebe Kandidaten, wir erwarten von euch ein Schaustück aus Schokolade oder Karamell. Das euch selbst präsentiert. Es gibt keine Größenvorlage und die Techniken sind fauchfrei gestellt. Weiterhin verlangen wir essbare Anteile. Dazu habt ihr magere 9 Stunden. Mir persönlich würde der Arsch auf Grundgeist gehen. Eure persönliche Note sollte allerdings nicht nur in der Optik präsentiert werden, sondern es soll natürlich auch phänomenal schmecken. Es ist also alles möglich in 9 Stunden. Ich hoffe, ihr habt einen guten Plan und seid bereit. Können wir anfangen? Dann läuft eure Zeit ab jetzt. Ein kunstvolles Schaustück und makelloser Gaumenschmaus für 20 Personen, mit denen sich die Profis von ihrer stärksten und ganz persönlichen Seite zeigen. Eine Mammut-Startaufgabe. Da muss man nicht gleich randalieren. Ich möchte die Waage auf Null stellen, aber sie will nicht. Jetzt habe ich sie ganz ausgemacht. Das geht immer Stöcker ziehen. Ja. Die Jurorin fehlt schon jetzt. Ja, Betty ist heute gar nicht da. So auf jeden Fall mega schade. Also wir hätten uns schon gefreut, alle mal kennenzulernen direkt am Anfang. Aber wir hoffen ja, dass sie dann in der zweiten Folge, wenn wir auch noch da sind, dass sie dann auch mit dabei ist. Wir müssen einfach versuchen, diese Lücke zu füllen, so gut wie es geht. Aber sie fehlt uns. Womit möchte Team Lila das Preisrichter-Doppel begeistern? Ich mache eine Macatamia-Torte mit weißer Schokolade und einer Honignote. Und weil da Martin und ich sehr waldverbundene Menschen sind, haben wir uns gedacht, wir lehnen das einfach ein bisschen daran an. Unser Schaustück ist ja auch in die Richtung. Und deswegen habe ich auch Waldhonig, der dann auch geschmacklich da schön einfließt und einfach perfekt auch zu dem ganzen Thema passt. Sarah und Martin lassen die Jury im Forst flanieren. Ihr kreatives Schaustück beinhaltet Schokobaumstämme mit Pilzbewuchs und ein essbares Buch. Auch geschmacklich bleibt Team Lila naturverbunden und veredelt seine Torte aus Macadamia-Biskuit und weißer Schokomousse mit Kamillengel. Wie kamt ihr auf das Minibiotop? Wir heben uns auch von den anderen ein bisschen ab. Wir sind ja auch relativ jung und wir haben uns auch gedacht, dass wir ein bisschen was anderes machen. Nicht dieses übliche Ein-Meter-Schaustück und in die Höhe und Breite. Und ich glaube, mit dem, mit unserer eigenen Welt ist das eigentlich relativ gut, weil... Passt zu uns. Passt zu uns. Und nur darum geht es schließlich bei dieser Aufgabe. Von allerhöchstem handwerklichem Niveau ganz abgesehen. In diesen neun Stunden erwarte ich ein Schaustück, das mich wirklich vom Hocker haut, weil es ist ja wirklich persönlich. Das sind wir. Das heißt, also, da sollst du wirklich das reindrücken, dass es für mich plausibel ist, dass es die Persönlichkeit, die dahinter steht. Also, der essbare Anteil, der soll für 20 Personen sein. Das kann ein Kuchen sein, das können verschiedene Törtchen sein. Wichtig ist natürlich auch, dass es filigran ausgearbeitet ist. Also, das heißt, da auch die Optik nicht quasi komplett irgendwie über Bord werfen, sondern es soll natürlich auch zu dem Schaustück passen. Mit was stellt sich Team Grün der Jury vor? Wir stellen uns heute vor mit einem Schaustück, was ein großes Herz sein wird, wo die Torte drauf liegen wird für die Leichtigkeit der Liebe. Und geschmacklich werden wir die Steiermark repräsentieren. Wir werden einen Kürbis verwenden und eine Vanillecreme, was das Aphrodisierende für die Liebe steht. Das wird jetzt das grüne Herz der Steiermark. Und was genau wird das hier? Ich fange jetzt mit dem quasi untersten Teil unserer Schnitte an. Das wird so ein knuspriger Streuselboden. Mandelboden hat dagegen Team Blau in der Mache. Macadamia-Biskuit gibt's bei Team Lila und extra schokoladigen Brownie-Boden beim gelben Team. Schokolade geht immer. So, und ab in den Ofen. Auch Team Schwarz geizt nicht mit Schokolade. 32 Kilo sollen im Schaustück verarbeitet werden. Wer ist hier für was zuständig? Wir sind ein Team. Genau. Wir sind die amnesische Zwillingen, machen alles so ziemlich gemeinsam. Wir gießen jetzt erstmal zusammen alles aus und dann übernimmt jeder noch eine Aufgabe und dann kriegen wir das als Gesamtwerk wieder zusammen. Genau. Was war die Inspiration fürs Werk? Es gibt ja diesen Fußballspruch Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und das war immer so unser Kampfkarmer, wenn wir uns getroffen haben. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und haben gesagt, wir müssen was mit Berlin machen. Genau. Rheinländischer Humor trifft Brandenburger Tor. Besonderer Hingucker der Mima-Show Berlin, zwei selbstironische Schokoklone. Als essbaren Anteil kredenzt Team Schwarz eine Kombination aus klassischem Baumkuchen und Mini-Windbeuteln mit Tomatenganasche. Eine klare Aufgabenverteilung hat Team Blau. Was zeichnet euch denn ganz besonders aus? Wir sind groß und klein. Wir sind ein bisschen verrückt und wir sind ein bisschen anders als die anderen, glaube ich. Also wir verarbeiten einen Apfel, das ist eine Apfelsorte mit dem Namen Kaiser Wilhelm Apfel. Nicht Kaiser Wilhelm, Kaiser Wilhelm. Wilhelm. Was machen wir noch, Tim? Wir stellen unsere Heimat dar. Genau. Das aus dem westfälischen Mühlenkreis stammende Team Blau drückt seine Heimatliebe mit einem Windmühlen-Schoko-Schaustück aus, inklusive drehbarer Flügel. Die Moostorte im Holzstapel-Look steht für den Waldreichtum ihrer Region. Die Apfelkompotteinlage spielt auf das Kaiser Wilhelm-Nationaldenkmal an. Während hier kaiserlicher Apfel karamellisiert, verflüssigt Team Rot seinen Schaustück-Werkstoff. Warum fiel die Wahl nicht auf Schokolade? Wir haben uns für Zucker entschieden, weil die Lisa und ich es eigentlich bisher in unserer Laufbahn hauptsächlich gemacht haben. Und wir machen quasi unsere beiden Sternzeichen. Lisa ist Jungfrau, ich bin Fischer und wir versuchen das so ein bisschen, ja, zu vereinen in dem Schaustück. Das Blick in die Sterne-Schaustück von Lisa und Annika soll außerdem ein anmutiges Zusammenspiel aus gezogenem, gegossenem und geblasenem Zucker werden. Der essbare Anteil sorgt für einen Koffeinkick mit einer Melange aus Espresso-Cremeux, Himbeer-Cassise-Gelais und Espresso-Ganache auf Mandelboden. Und heute schon die Sterne befragt? Wir hören ja immer Radio auf der Arbeit und immer um zehn nach sieben kommt's Tageshoroskop. Heute habe ich tatsächlich wirklich noch kein Horoskop gehört oder gelesen. Ich habe keine Ahnung. Das hätten wir mal machen sollen, ja, um zu wissen, wie der Tag wird. Wie der Tag wird, steht eh nicht in den Sternen, sondern liegt in den Händen der Profis. Im gelben Team kümmert sich Rita um die essbaren Anteile. Und Johannes sorgt fürs Schaustück. Das ist eine Kombination aus Lakritze und Kirsche. Und Johannes ist sehr gerne Kirsche und ich Lakritze. Und da ich jetzt eigentlich alle Lakritz-Gegner mit auf meine Seite ziehen konnte, haben wir uns gedacht, vielleicht klappt das ja auch mit der Jury. Das Zusammenspiel von Musik und Natur ist das zentrale Thema im detailverliebten Zuckerschoko-Schaustück von Rita und Johannes. Im Kirschmus-Törtchen sollen Lakritz-Cremeux und Kirschgel in einem Doppelkern harmonieren. Getoppt wird das Ganze mit abgeflammtem Baiser. Die Kirschgel-Kerne können gleich in die Kühlung. Das gilt auch für das Himbeerkassis-Gelais von Team Roth. Das ist jetzt die nächste Schicht in unserer Schnitte. Das stelle ich jetzt kalt, damit das halt schnell fest wird, weil dann kommt noch eine Schicht mit einem Kaffee-Cremeux oben drauf. Besuch bei einer jungen, alten Bekannten. Hallo Christian. Na, wie ist it? Alle noch im Zelt und jetzt stehst du hier schon bei den Profis so. Ich kann mich noch nicht ganz umgewöhnen. Ich hoffe, das funktioniert natürlich recht schnell. Ich hoffe auch. Aber es sieht schon sehr gut aus, was ihr hier zwei. Jetzt hast du ja auch eine Partnerin da drüben. Das ist ein bisschen angenehmer. Ja, das kann man auf jeden Fall besser arbeiten. Wenn was schief geht, kann man die Schuld abschieben. Oha, oha, oha. Team Grün verbindet eine Freundschaft, die seit der Kindheit besteht. Ich bin die Bianca, bin 34 Jahre, Konditormeisterin und wohne in der wunderschönen Steiermark und habe dort eine kleine Backstube. Ich bin die Michaela, bin 31 Jahre alt und komme auch aus der Steiermark. Ich leite die Patisserie im Familienbetrieb. Ich bin eigentlich die erste Kandidatin vom Großen Backen, die vom Hobbybäcker dann zum Profi geworden ist und die so verrückt ist, sie dann bei den Profis auch noch anzumelden. Ich muss von vorne anfangen, ich habe das Mehl vergessen. Also drückt es mir die Daumen. Die Crème ist braun. Wir kennen uns 20 ja fast. Wir werden auf jeden Fall überzeugen können. Weil ich bin die Kreative und die Michi ist einfach bei den Tortenfüllungen ein Wahnsinn. Was hat Team Lila da auf dem Herd? Das wird ein Kamillensud. Mit dem werde ich dann die Biskuitböden tränken und ein Gelee herstellen, damit man diese Kamillennote einfach auch noch drinnen hat. Das ist auch unser roter Faden für unsere gesamten Desserts, weil wir eigentlich immer auf natürliche Produkte zurückgreifen und schauen, dass wir wirklich einfach das Natürliche mit reinbekommen, weil es schmeckt einfach anders. Wie seid ihr auf das mit Kamille gekommen? Ja, eigentlich war das deine Idee, gell? Ja, also ich finde, dadurch, dass wir Bergamot haben, das Spiel zwischen Bergamot und Kamille, wenn man das richtig einsetzt mit der Säure, finde ich das sehr gut, weil die Kamille ganz leicht nur ist. Du weißt, dass ich Bergamot hasse. Wirklich? Ui! Wir werden uns nicht mühen. Unsere werden sie sicher lieben. Das hat aber nichts mit meinen Punkten zu tun. Hoffentlich. Gut. Viel Glück. Sonst muss das Schaustück umso beeindruckender werden. Eine Cremeu soll aus diesen gestoßenen und gekochten Espressoböhnchen entstehen. Wir lieben bald der Kaffee. Ja. Der darf am Morgen nicht fehlen. Ebenfalls unverzichtbar das Haselnusspraliné von Team Blau. Und das würzige Apfelgelee, das bei Team Grün entsteht. Was steckt drin? Thymian, Vanille, Donkerbohne, Koriander und Sternanis ist da drinnen. Schmeckt mir die Steine mal gross? Ja. Eine grosse Schüssel Kirschmoos rührt Rita an. Und Marcel holt sich noch eine Handvoll Schokolade. Uhu! Soll ich eben halten? Dann kannst du kleben. Wir haben versucht, eigentlich mit relativ simpeln Sachen, was man eine Backstube findet, an Blechenschüsseln darzustellen. Wie wir das mal gelernt haben. Da gab es ja noch nicht diesen ganzen modernen Kram mit Silikomat und etc. Da haben wir noch einen ganzen Blumenwasen vom Friedhof aufgekauft, die man reinsteht, um da für eine Rakete zu bauen. Ah, da geht aber die Grenze. Ja, aber die waren unbenutzt natürlich. Oder bist du nachts rumgelaufen? Nachts. Hast du mal geguckt, wo nix drin ist? Partisserie trifft Geometrie. Heißt es jetzt für Team Blau. Die einzelnen Würfel sollen den Porter Sandstein darstellen. Und das Ganze soll einfach widerspiegeln, das mit der alten Mühle oben, mit diesen Vierecken. Also das traditionelle Weserbergland, was einen modernen Weg geht. Hä? Ich habe eigentlich 20 von diesen Platten gegossen, aber zwei fehlen. Habe ich noch irgendwelche? Ich weiß nicht, du hast sie gemacht. Wo sind die hin? Hast du wirklich so viele gegossen? Zwei, vier, sechs. War versteckt, da habe ich noch einen Platz draufgelegt. Auch das einzige Vollzuckerschaustück ist in Arbeit. Mein Herz schlägt süß, wenn ich das sehe. Sie hat es wirklich in den Fingern. Gut. Du machst mich glücklich. Das freut mich. Das Kompliment von Günther, das ist schon schön. Also gerade von so jemandem, der so viele Erfahrungen hat und auch so einen Namen hat. Team Schwarz ist mit sich selbst beschäftigt. Im wahrsten Sinne. Wie uns aus dem Gesicht geschnitten. Definitiv. Ich bin der lange Kopf und du der Erde Runde. Ich glaube, wir brauchen gar keinen Spiegel mehr. Nee, brauchen wir nicht. Wir gucken noch was da drauf. Best Idee ever. Ja, geil. Gut, ne? Ja, ich bin happy. Liebe Teams, jetzt lernt ihr mich von einer strengen Seite kennen. Diese Stimme kommt jetzt öfter und sagt euch die Zeit durch. Ihr habt noch viereinhalb Stunden. Es ist Halbzeit. Ich glaube, wir haben auch die Hälfte geschafft. Wir müssen noch so viel machen. Und das so meisterhaft wie möglich. Schließlich könnte die kleinste Nachlässigkeit darüber entscheiden, wer den Sprung in die nächste Woche verpasst. Und nicht zuletzt möchten die Profis natürlich auch den allerbesten Ersteindruck hinterlassen. Ich glaube, unsere Stärken liegen auf jeden Fall so im filigranen, feinen Arbeiten. Ganz gut. Das ist schön zerbrechlich alles wirkt. Wir sind schon mehr so die clean Typen. Also nicht mit zu viel Schnickschnack, sondern gerade so viel, dass es irgendwie noch geil aussieht. Eni sieht jetzt schwarz. Also zu. Ich will nur gucken, dass du es ordentlich machst. Weißt du, sonst steht der Günther hinter dir. Ich glaube, ich bin angenehmer als der Günther, oder? Auf jeden Fall. Habe ich jetzt nicht gesagt. Ihr kommt ja aus Berlin, ne? Nein, wir kommen vom Rheinland. Ach, vom Rheinland. Aber ich dachte, weil ihr macht so, ihr macht ja so ein Schaustück, was ein bisschen aussieht wie das Brandenburger Tua. So ist es, ja. Ah, gut. Ah, okay. Mit diesen beiden hat man immer gut lachen. Mein Name ist Marcel Seger. Ich bin 58 Jahre alt, selbstständiger Konditormeister, Buchautor. Mein Name ist Michael Nieten. Ich bin noch 53, bin Konditormeister und Schokoladensommelier. Marcel hat einen Eigenbetrieb, ich bin leitender Angestellter. Wir betreiben 15 Filiale, ich habe 16 Mitarbeiter. Marcel, ich schenke dir mein Herz. Wir haben beide die gleiche Meisterschule besucht. Wir verlassen uns auf unser Können. Wir haben natürlich auch eine reichhaltige Trickkiste zur Verfügung, die andere nicht haben. Und können zur Not auch etwas gerade biegen, wo die anderen sagen, was machen wir jetzt? Wir haben natürlich auch eine reichhaltige Trickkiste.